Was sagst du jetzt? So. Warte kurz. Mach's weg. Die Kolosser sind schon fertig. Jetzt kann ich mal zwei Stück. Glück. Ist nicht berechenbar. Kein Glück, sondern können, mein Freund, hier. So. Das Muskierungfeld. Wenn ich mir jetzt noch einen Generator mache, dann kann ich noch eins herstellen. Ja, das ist doch der Sinn dabei. Wo sind da nicht die Kolosse? Ach da, da stehen sie. In Reihung Glied. So, das heißt, jetzt brauchen wir noch Projektilbarriere und das sollen wir zerstören. Okay. Ich glaube, dann nehme ich Warte. Euch. Ihr könnt schon mal da hochfahren. Die kann ich nämlich einfach wieder nachproduzieren. und speichern mal kurz. Und speichern mal kurz. Kampagne. 4, 3, 2. Spiel gespeichert. Vielen Dank. Und wie der Kampf denn nun aussehen wird. Ich gucke gerade schon auf die Uhr. Werden wir denn werden wir denn in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, willkommen zu einer weiteren Folge Anno 2070 Kampagne. Beim letzten Mal haben wir uns erfolgreich die Schildte... Nicht die Schildte... Tarn-Technologie von Faser-Gromops und heute... Heute! Nein. Heute werden wir die optimierte Schildbarriere holen, indem wir den Flughafen zerstören. Und zwar... Ist hier sehr stark bewacht, aber... Go! Wo? Äh... Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Ah, komm, 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 Go, 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 go... Mach, weg, mach, ich mach... Diese Einheit ist ersetzbar. Ja, 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 jaja... So, 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 komm... Ihr schafft es, ihr schafft es, da sind gerade keine... Äh, keine sind... Ist witzig, aber... So, ja, 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 komm, einer und Weg Halleluja, okay, das heißt, wir brauchen noch mal ein paar Machen wir mal zwei Weipern Und ein paar Schöne Ich bin jetzt ganz schön kaputt, aber Hauptsache, Alter Ich muss Mal gucken, warte Fahrzeug fertiggestellt So, hallo U-Boot Bleib stehen hier Ihr kommt jetzt nach da Und wer hat von euch jetzt Das Modul drin Du hast das Modul drin Fahrzeug fertiggestellt Und Ach, das ist kaum Ach, das sieht aber schon fast aus Obwohl, die beiden Weipern könnten eigentlich sehr gut da oben aufpassen, weil Da kommt schon wieder einer Hier passt es mal hier oben auf Nein Nein Aus Alter Auf welcher Linie war das jetzt Hier kann ich wegmachen Hat die noch ein Schiff Es war unsere Zockerroute Ach Wo ist denn Da So Ihr passt jetzt hier mal schön auf Wenn ich da nämlich wieder nochmal einen sehe, dann Was könnt ihr eigentlich alles angreifen Nur Nur Schiffe und Gebäude Das heißt, wir brauchen noch die kleinen für die Fluganheiten und die dicken für die U-Boote Und die sollen sich aber nur auf Faser konzentrieren Alles klar Gut So, wie sieht es jetzt damit aus? Optimierte Schildbarriere Da werde ich auch wieder ein paar bauen Was brauche ich dafür? Ihmchen und Ihmchen Ja gut Getränkeversorgung mangelhaft Ich weiß Alter Neuer Prototyp entwickelt Sind die Unhappy Modul fertiggestellt Kacke Ah, super Das können wir auch Dafür brauchen wir aber Das ist mal nach oben Das kann ja schon mal einen produzieren Ich will aber noch ein paar Weitere Schild Ein paar Schilde noch produzieren Bevor ich ihn angreife Du hast es geschafft Alter, erschreckt mich nicht Unsere Einheiten Wesentlich widerstandsfähiger Gegen Vorders Angriffe Das könnte so manches Menschenleben retten Super, aber du bist laut Alter Rip Headset User Wir haben keine Mikrochips Kurz mal Hört mal kurz schnarchen Ich brauche nämlich Kurz Mikrochips Wo ist mein Hallo Ach, ich sehe es Wo es ist Da Wo es Da hat sich wohl Jemand wieder auf Da wurde ein kleiner Faser Wieder gedacht Ach ja, dann fahre ich mal dahin Ja, nee Denkste Puppe Nicht mit mir So Da kommt noch ein paar Ein paar können ja noch, ne Oder Und einen kleinen Schwung rein So Dauert immer einen kleinen Moment Mal gleich So Und den Rest könnt ihr wieder haben Viel Spaß Kloppt euch drum Ich bin dann so lang mal Ja, ich bin da mal kurz wieder weg Äh, habe ich jetzt richtig Die richtige Stelle geklickt? Wieder da hin Ähm Würde ich mehr produzieren Wie viel, wie viel brauche ich denn auch so Und eh nur einen Ja, gut Egal Warnung Produktion gestoppt Da ist Faser Wenn wir ihn angreifen Ich werde meine Truppen da in der Nähe postieren Aber erstmal wollte ich noch mal da Beide Werften, um Faser zu schwächen Beide Werfen Ich muss eine Werft zerstören Hm Die werden ja eh zerstört Das heißt Die kosten ja nicht viel Mal Einmal Ein paar Sammelstandard Fahrzeug fertiggestellt So, jetzt fahren die auch gleich alle automatisch nach da unten Theoretisch So Müssen wir mal kurz warten Bis die Willen es haben Die sind wieder alle glücklich Ihr könnt eigentlich auch mal ein bisschen mehr zahlen Wenn ihr schon so arg teuer seid Ach, ihr ja eigentlich auch, ne Wenn schon, denn schon Haha Ah, schön Ihr könnt euch mal kurz reparieren lassen Und die fahren auch alle automatisch nach unten Das ist toll Fahrzeug fertiggestellt So Das sieht doch schon Super aus Ich glaube, ich nehme aber noch ein paar Tanks mit So zwei Stück Alles, was übrig bleibt, können wir ja eh verwenden hinter für den finalen Schlag Fahrzeug fertiggestellt Wo sind die denn? Die sind Hier Es sind aber auch nicht so viele Soweit ich sehen Äh, soweit ich sehen kann Ja, gut Haha Die Weiber können sich hier so lange Das ganze Feuer auf Sich nehmen Haben wir eigentlich noch genügend Waffen? Oh, wir haben noch genügend Waffen Fahrzeug fertiggestellt Haben wir eigentlich noch genügend? Atomwaffen? Ja, haben wir Mock mal hin Schickt ihr hier keine U-Boote mehr hin? Haha Tja Wenn man auch so blöd ist und die ganze Zeit an dieselbe Stelle Seine U-Boote hinschickt Dann hat man halt Pech gehabt, ne? Was das? Ne Was ist jetzt denn? Das letzte Kommandoship Und wir haben immer noch eine gute Bilanz Hätte ich eigentlich nicht erwartet Ich will mal kurz was austesten Wenn ich jetzt Sagen wir mal Oder Oder Um es am besten zu prüfen Ich mach mal hier Kann ich diese ganze Sache nicht mehr Kann die alle noch produzieren? Wollt ihr mich eigentlich Wisst ihr was? Hier Ich mach mal kurz Ich speichere mal kurz Weil ich weiß ja nicht Oder will ich nämlich kurz vorm Start Wenn wir kurz Bevor wir angreifen Will ich nämlich Das hier alles abreißen Weil Ähm Hm Ja gut Registriere neues Fahrzeug Das war die letzte Viper Wenn ich mich nicht täusche Ja 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 Dann Könnt ihr Hallo U-Boot Der lernt auch Kampagne 4333 Kampagne 4333 Spiel Speichert Falls irgendwas schief geht Ist bis jetzt noch nicht passiert Aber Es kann ja passieren Dass Unsagbar in die Hose geht Na dann Let's go Ah Töcke Die fangen das Feuer ab, wie geplant Und ein Schiff ist bis jetzt nur weg Ist das zweite Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar Komm Scheiße, das ist ein Schiff jetzt nicht schaffen Schnell Ein Schiff soll durch Nein Nein, 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 nein Alter. Boah. Aber war doch... Es ging. Es war jetzt gerade schon so. Ich dachte jetzt... Nee, ich verliere jetzt nicht wirklich alle Schiffe. Wegen denen. Derzeit ist Fave eine Bedrohung. Keine Frage. Aber nur wegen diesem Computervirus. Seine vollständige Zerstörung wäre der schlimmste Rückschlag in der Geschichte von SAAT. Wenn es eine Chance gäbe, seine wichtigsten Systemkomponenten zu retten, und ihn zu reaktivieren. Ich würde es sofort tun. Ich soll jetzt nicht ernsthaft noch... Ihr habt doch einen an der Klatsche. So, warte. Ich brauche... Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Lass es mal kurz... Reparieren. Fahrzeug im Kampf zerstört. Warnung. Produktion gestoppt. Welches Schiff war da oben noch? Die Kabo-Chan. Na. Habe ich da oben ein Schiff vergessen? Okay. Ich brauche noch... Was macht denn noch mal... Was war das? Ich gucke mich genau hin, ne? Was ist das? Im Packversteck. Oh. Oh. Okay. Ja, warte mal. Ach, du kannst es erst mal ja ausladen. Ausladen, nicht wegschmeißen. Wo ist das... Wo liegt das jetzt? Weil ich mich nicht irre. Kann er jetzt... Haha, schicke Schiff. Ja, okay. Und wir haben natürlich mehr drunter gelitten. Wir haben ein paar verloren. Aber er kann jetzt keine weitere Fluganheiten bauen. Und nur noch... Er macht das, was er hat. Und ich baue mal hier. Ich brauche jetzt nicht... Treibstoff hier. Kerosin. Und ihr beiden ja mal. Mach ich mal hier. Dann reißt nämlich die da oben ab. Was habt ihr denn? Ihr seid alle voll... Ach, das... Äh... Wartet mal kurz. Mach ich mal so. Dann wird das wenigstens alles abgeholt. Ja, das sieht doch... Super aus. Warte, wir brauchten Kerosin. Und wir brauchten... Ach, für das, warte. Für das brauchen wir noch... Munition. Ja, gut. Stellen wir eigentlich Munition her. Munition. Munition. Stellen Munition, ja. Gut. Falls... Munition ausgeht. Jetzt müssen wir es nicht so geil.